Was ist die Beobachtung des Internets? Was ist die Beobachtung des Internets? Wir nennen das kognitiv integrieren und wir wollen wissen, unter welchen Bedingungen Menschen Informationen eigentlich vertrauen sie als wahr erachten. Wenn wir im Internet nach Gesundheitsinformationen suchen, weil wir eine konkrete Frage haben, dann ist das eigentlich ein Spezialfall von dem, was wir in unserer Forschung als kognitive Arbeitsteilung bezeichnen. Kognitive Arbeitsteilung, das meint, dass wir in ganz vielen Lebensbereichen von Experten, von Expertenwissen abhängig sind. Und dass wir uns darauf verlassen müssen, auf dieses Expertenwissen, auch wenn wir selbst gar nicht nachprüfen können, was davon nun eigentlich richtig ist und was nicht. Und dass wir andererseits gut daran tun, auch kritisch zu sein gegenüber diesem Expertenwissen.